Planung ist die beste Planung. Wenn aber die Planung schief geht, dann ist man ein bisschen enttäuscht. Und enttäuscht bin ich, weil ich kein On-The-Road Livestream machen kann, was heute eigentlich geplant ist. Deswegen melde ich mich jetzt bei euch jetzt hier mit, mit einem kleinen Infovideo und möchte euch kurz erklären, warum, weswegen, weshalb es heute kein Livestream gibt von On-The-Road. Ich bin seit gestern 13 Uhr wach, habe die Nachtschicht durchgehabt und schwer nach der Nachtschicht bin ich nach Hause gekommen, habe zwei Stunden gewartet und bin im Schneesturm oder so ein richtiger Schneesturm war es nicht, aber es hat sehr viel geschneit, bin ich mit dem Fahrrad losgefahren in die nächste Stadt zu dem gewissen Game Center in Schwenningen und habe dort zwei Stunden lang gewartet und am Ende stellte es sich heraus, ja, der Paketversand hat anscheinend es nicht geschafft, pünktlich zu sein durch den Schneesturm und der andere Fahrer ist dann schon eine Stunde zu früh losgefahren und kam halt leider nicht das Paket an mit dem Spiel On-The-Road für die PlayStation 4. Leider müssen wir den Livestream auf morgen verschieben, auf den 11.02.2021, aber als Trostpreis mache ich jetzt mal was einfach spontan, ne? Passt auf. Ich mache ein Gewinnspiel morgen im Livestream. Den Preis, also der Preis, den man da gewinnen kann, ist On-The-Road für die PlayStation 4. Ich denke mal, das ist doch schon mal eine Ansage, wo man sagen kann, hey, hier, ey, der verschenkt On-The-Road für die PlayStation 4 und im Livestream, sofern ihr auch dabei seid, ich hoffe, wenn ihr dann das Spiel auch haben wollt, müsst ihr dabei sein, weil dort wird eine Frage gestellt, die müsst ihr beantworten per PSN-Nachricht bei mir auf meinen Kanal, also auf meinen, auf meiner Blästerechen sozusagen, nicht auf meinen Kanal, also blääh, äh, Wortdreher, naja, okay, ja, wie gesagt, also Leute, morgen versuche ich zwischen 12 und 13 Uhr den Livestream zu starten, werde ungefähr zwei bis drei Stunden Livestream machen von On-The-Road und in diesem Livestream gebe ich die Verlosung raus oder das Gewinnspiel mit dem Preis On-The-Road für die PlayStation 4 im Livestream direkt. Am Anfang werde ich die Frage stellen, ein laufendes Anfangs, halt die ersten fünf Minuten, denke ich mal, und nach dem Livestream schaue ich dann, wer mir alles geschrieben hat und, äh, ja, wer die richtige Antwort hat und wer als erstes geantwortet hat, kriegt das Spiel kostenlos, weil er hat es ja in dem Sinne gewonnen und, ja, würde ich sagen, lassen wir es einfach so stehen, ähm, wie wir das am besten machen, weiß ich noch nicht, also die Planung ist erst mal so und, ja, ich würde sagen, als Entschädigung, ja, verschenke ich On-The-Road in einem Gewinnspiel, klar, nicht Endeffekt umsonst, halt, ne, ihr müsst dafür was tun und, äh, die Frage wird auf jeden Fall morgen dann in den Livestream kommen und, äh, wenn ihr dabei seid, könnt ihr das Spiel gewinnen, definitiv, ohne wenn und aber auch kostenloser Versand, ihr bezahlt rein gar nichts, also kriegt ein kostenloses Spiel von On-The-Road auf der PlayStation 4 und, ja, keine Xbox-Version, keine PC-Version, sondern nur für die PlayStation 4, weil ich hab's bestellt für die PlayStation 4 und ihr kriegt es, falls ihr die richtige Antwort gebt und, ja, jetzt schau mir einfach mal und ich würde sagen, bevor es jetzt zu lang geht, ich entschuldige mich hier erstmal auch nochmal zusätzlich, dass es heute nicht klappt, ähm, ja, war einfach eine höhere Gewalt, sag ich einfach mal und wir müssen das einfach so akzeptieren, wie es ist, schade auch, weil, naja, viele haben's ja schon ein paar und, ja, die kleinen YouTuber kriegen's halt immer als letztes und, ja, müssen halt gucken, wie sie damit zurechtkommen, aber egal, wir werden auf jeden Fall, wenn's morgen reinkommen, das kommt wahrscheinlich auch sicher rein, weil der Game Center von Schwenningen wird's mir persönlich hier vor die Haustür bringen, weil bezahlt ist es schon und, ja, dann schauen wir mal, wann das reinbringt, wann das hierher bringt und dann wird's installiert und gleich sofort angezockt und mit Controller natürlich, weil ich weiß nicht, wie das funktioniert mit meinem Lenkrad, mit Laufen etc., weil man kann ja auch steigen in dem Spiel, aber das lassen wir erstmal so stehen und wir schauen erstmal, wie es morgen abläuft. Also Leute, kurz zur Zusammenfassung, leider gibt's heute keinen Livestream, ab morgen mit dem Gewinnspiel als Preis on the road für die Blessing 4, wer dabei sein möchte und das gewinnen möchte, dann seid am Start zwischen 12 und 13 Uhr, plan ich einfach und wenn ihr dann da am Start seid und die Frage schon raushauen könnt, dann werde ich mit euch in Kontakt treten und dann, ja, werde ich es euch dann am Freitag wahrscheinlich dann zuschicken. So, gut, das war's erstmal von meiner Seite aus, ich bedanke mich für die, ja, für das Zuhören jetzt hier für dieses Video. Ich entschuldige mich nochmals und ich hoffe, ihr habt Verständnis in der Hinsicht und somit verabschiede ich mich hiermit. Mein Name ist Christian Inch43000 und ich würde mich freuen, wenn ihr morgen dann alle am Start seid. Wieder schon reingehauen, bis zum nächsten Mal, euer Christian Inch43000. Ciao.